Wieso hast du dich hier niedergelassen, mitten im Nirgendwo? Du wirst noch merken, es kann einen auch schlechter treffen. Dein Paar ist ein guter Manuid. Ich bin nicht er. Zieh nicht so ein Gesicht deswegen. Da ich die Pistole gefunden habe, weiß ich auch, was noch in der Wand versteckt ist. Ich habe Dinge getan, die ich gern rückgängig machen würde. Am besten suche ich mal nach dem Reiter. Lebt er? Gerade noch. Was glaubst du ist passiert? Eine Schießerei? Du bleibst hier und passt auf ihn auf. Wo will ich? Was soll er bist du? Mein Paar hat sie gefunden. Na dann hol ihn mal. Was haben sie mit meiner Knarre und meiner Tasche getanzt? Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Du weißt gar nicht, wo du hier hineingehauten bist. Witzig, ich wollte dir gerade genau dasselbe sagen. Drei Reiter. Hey, ich weiß, wer die drei Burschen sind. Ich bin Sheriff Sam Katchen. Wir suchen nach einem flüchtigen Mann. Er ist gefährlich. Das sind keine Gesetzes-Hüters, sondern Bankräuber. Ist dein Nachname McCarty? Ja, genau. Und dein Vorname? Henry. Warum die dich nicht auf der Stelle erschossen haben, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem alten McCarty mehr steckt, als es den Anschein hat. Das ist nur ein Zitträger, alter Farmer. Er hielt seine Pistole anders als jeder Farmer, den ich kenne. Hör mir zu. Was gleich passiert, wird schnell passieren. Du hast ganz schön viel Mumpfe und Farmer. Du hast überhaupt keine Ahnung, welchen Höllensturm du im Begriff bist, loszutreten. Betrachte mich als angemessen gewarnt. Wo kommst du her? Ich komm von überall her, nur nicht von hier. Wer bist du, Pa? Ich komm von überall her, nur nicht von hier. Vielen Dank.